Wir befinden uns hier in Siegen in der Werkstatt STS, Siegener Technik Service, einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen. Das IFM MADE System bringt eine Unterstützung. Dahingehend werden wir Montagetätigkeiten haben, werden wir Verpackungstätigkeiten haben. Der Gruppenleiter ist dadurch sehr stark entlastet. Er kann sich da auf andere Kernaufgaben konzentrieren. Er muss nicht so häufig kontrollieren die Arbeit, die die Beschäftigten machen. Das System hat eine sehr, sehr große Überschraubarkeit. Also das ist nicht kompliziert in der Wahrnehmung. Man bekommt die einzelnen Arbeitsschritte sehr detailliert aufgezeigt. Mit IFM MADE können wir uns in verschiedenen Industrieunternehmen platzieren. Überall dort, wo Verpackungstätigkeiten oder Montagetätigkeiten erfolgen. Dabei ist dieses assistive System sehr, sehr gut einsetzbar, um den Menschen so komplexe Tätigkeiten vorher gar nicht geleistet haben. Aber mit der Unterstützung von IFM MADE werden die Chance bekommen, diese Nullfehlerfertigung zu erzeugen. IFM MADE bietet einem die Möglichkeit, Personen im Vorfeld zu trainieren, ihnen die Chance zu geben, dieses System kennenzulernen, ohne dass man direkt in einem Fertigungsprozess sich befindet. Somit bekommt man Sicherheiten, dieses System dann auch anwenden zu können. Dieses hier gezeigte mobile System ist flexibel einsetzbar, wie jetzt hier an einer Maschine, wo wir direkt im Produktionsprozess danach die Verpackung der dort gefertigten Teile erledigen können. IFM MADE mobil einzusetzen, bietet ja auch die Möglichkeit, dass man einen interessierten Beschäftigten mit diesem System ins Unternehmen bringen kann. Man greift nicht auf ein internes Netzwerksystem zu. Im Grunde genommen braucht man nur eine Stromversorgung und alles weitere lässt sich da recht unkompliziert einrichten. Wir fühlten uns zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung auf uns alleine gestellt, sondern hatten immer die Fachlichkeit von IFM an der Seite und konnten uns dann sehr, sehr schnell mit dem System zurechtfinden und erleben jetzt auch eine große Eigenständigkeit durch die gute Einarbeitung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.